Was wir hier in diesem Fahrzeug drin haben, ist ein komplett neues Allrad-System. Das bringt enormen Fahrspaß, natürlich auch Sicherheit und ist ein sehr, sehr fortschrittliches System. Man ist viel mehr mit der Straße verbunden und bekommt ein wesentlich besseres Gefühl, wenn man im Fahrzeug drin sitzt. Das Fahrzeug wirkt viel agiler. Das gesamte Handling, das ganze Fahrverhalten ist wesentlich besser. Die Fahrer sind ein ganzes Fahrzeug. Das ganze Fahrzeug wird verneutig. Vielen Dank.